ich bin zurück was kannst du mir heute anbieten werden das ganze mal knicken ist das was du suchst hier kann man schon gar nichts mehr machen in elabogen ja alter ist montur wäre natürlich richtig keine die sich den axt die grapax du hast ein auge für hohe güte ja eigentlich schon jetzt die zwergen hat es wäre geil gewesen oder das aber es geht auch nicht habe ich alles schon gemacht dies klingelt natürlich auch schon es interessiert mich gerade der elanbogen ich weiß nicht für die schlacht wenn ich gerade ausgerüstet habe deswegen mag ich muss es bleibt gesund denn inventar genau und den elanbogen haben wir ausgerüstet ja dann würde ich mal sagen dass ich den mal verbessert war er vielleicht mal sinnvoll zeigst du mir deine waren das gefällt dir wohl ganz gut da hast dich an und haben damit einen neuen ruhen platz wie das gute stück es war das ganze schon mystisch und noch neuen ruhen platz und damit kann er nichts mehr machen okay wenn wir leben jetzt siehst du noch mächtiger aus ja das freut mich das bin ich gerne wir sehen uns später wobei natürlich wenn wir uns mal ganz ehrlich sind wir mit der montur mit sie streicheln mit sie streicheln direkt die weg unglaublich dass die mit zweck runter genau du auch ganz schnell damals inventar hier den bogen da den bogen so einfach mal da richtig ein reinhauen sodann ach so klappen wir erstmal die runen drauf was haben wir denn hier in fast voller gesundheit wird fernkampf schaden die litt tötungen und tötungen und das erlöser nach aufbombe auf das hätte gut an und was haben wir hier noch effektivität leichter schaden schleichen glocken tempo schleichen glocken angreifsschaden von ihnen glück ich glaube das ist ganz gut so und zwar würde ich gerne mich auf die suche nach den kodex seiten machen drei habe ich ja schon gefunden und zwar da ist eine hier habe ich gefunden gerade sagen ich glaube in lund ist eine ich bin mir aber gerade nicht sicher überlegt immer was hier ist beziehungsweise hier sind noch eingänge hier alles da ist die zweite die ich hatte wo ist die dritte die ich hatte ich habe da auch noch eine zauberhöhle möchte meine dritte meine dritte meine dritte mensch wo ich mein drittes ding hier ein dritte kodex seite hier haben wir eine so hier ist nicht über die kralle kollenkester ich habe ich habe jetzt meine kollenkester ich probiere es mal ich bin mir nicht sicher ob bei diesen eingängen dass das irgendwie damit zusammenhängt ich werde es gleich sehen übrigens finde ich das auch schade dass ich 30 sekunden im spiel und schon geht es wieder los mit fotos machen unglaublich ach so der online dienst ist ja momentan nicht nicht warten schade dass diese montur nicht sag ich mal die schlagkräftigkeit der anderen hat ja ist ja gut inventar ich habe und da geht es nicht nach da ist was zum blinden ich gucke gerade ist da oben okay da komme ich nicht lang also heißt das da unten lang was geht nur hier lang okay dann hier durch warum kann ich eigentlich nichts anzünden also hier keine erfeuerte und auch heute macht danke okay gut geraten ich habe ein weiteres das bruderschaftshaus von calo kamulon dunum übrigens der name kommt mir sehr bekannt aus asterix und obelix in bei den briten alles nicht so das haben wir richtig erkannt und war hier eigentlich ja auch ein feuer da ist ein feuer top ja das ist ja auch noch einer ja sehr schön alles werde licht dann da dann da dann da wie komme ich denn dahin also jetzt gerade krampfhaft irgendwie raus oben irgendwas leuchtet hier ist auch noch hier ist nix wo ist ja irgendwo jetzt noch ein eingangs und jetzt hier ist auch noch jetzt lang gehe ich hier lang oder gehe ich da lang gehen wir erst mal 28 wege ich glaube natürlich alles ab ob das sinn ist ist egal ja okay das habe ich mir schon fast gedacht okay hätte ich ja gleich so machen können auf diese historie gilt dann heißt das natürlich ich habe den falschen weg gewählt weil in vollerwehr wenn ihr den schüssel überall muss ich schlüssel suchen mensch also okay Boah. Neue Rüstungsruhne haben wir. Ich sehe keine Lampe hier. Also keine Fügel. Aber ich denke... Achso. Fahre mal. Kriege ich den auch noch? Okay. Okay. Hier durch. Sie wurde wohl verriegelt. Jetzt wird es mich fahre... Ohne pübeln, ne? Ist das jetzt hier etwa die... Ach, da musst du... Ah, okay. So, Auftrag der verborgenen Gimps-Pachi-Hinrichtung. Die Icheni drängen auf Reformen. Vier Jahrzehnte nach Budika sind die Römer unnachgiebig. Das Bürgerrecht wird allen außer Außenseitern verweigert. Anfragen und bitten, die an Gouverneur Verus und Imperator Dumition gesandt wurden, bleiben unbeantwortet. Es ist an der Zeit, in Worten zu sprechen, die der Senat nicht ignorieren kann. Verus muss sterben. Karl. Mai. Mittags macht ein Spektakel draus. Kontrahit. Arcolytus. Arnitius. Ja, und dann ein Erfolg. Das ist ruhig. Haben wir hier nicht erst mal irgendwo... Dann haben wir noch einen Schlüssel. Das ist sehr gut, aber bitte gerne hier in der Fackel, ne? Anordnung zum Rottzugs. Verfete, Brüder und Schwestern, ich versende euch traurige Neuigkeiten. Nach dem Tod von Imperator Horozius ist nun jegliche Hoffnung auf Stabilität und Gleichgewicht in Britannien verloren. Es ist an der Zeit, diese Küsten zu verlassen und uns dort neu zu sammeln, wo wir am dringendsten gebraucht werden. Seit dem Abzug der letzten Union des Imperators von dieser Insel, vor einem Jahrzehnt, haben... ...die Stämme und Glanz dieser Inseln sich sofort daran gemacht, die entstandenen Breschen zu füllen. Und nur wenige, wenn überhaupt, haben etwas für unsere Bruderschaft übrig. Ich fürchte, dass unsere Arbeit in diesem Land missverstanden wurde. Doch der Zeitpunkt, um diese Eindrücke zurechtzurücken, haben wir lange verpasst. Alle im Einsatz befindlichen Verborgenen werden hiermit aufgerufen, dieses Land zu verlassen. Alle, die unsere große Arbeit fortführen wollen, sollen sich zu unserem Haus in Kolonia begeben... ...und werden dort willkommen heißen. Magister Witz... Was ist das Witz? Operare in Tenebris Viti... Ja, gut. Tenebris haben wir auch gelesen. Und dann können wir hier die Tour bringen werden und haben die Tour zu der Verbaugnen. Das können wir hier durch. Irgendwie das Gefühl, die wir haben, hier irgendetwas vergessen. Und das hat jetzt nichts mit der Truhe da zu tun, sondern... Nee, nee, warte mal. Das muss hier irgendwo sein. Hier kommen wir ja auch nicht weiter, ne? Und hier war ja nur dieses Stückchen, wo ich den ersten Schüssel und den anderen Schüssel... So, das heißt... Hier habe ich auch noch was zu prindern. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass man hier nicht mehr Lampen hat, gefüllt. Irgendwo da muss das sein. Ja, das frage ich mich auch. Ja, komm. Du bist ja eigentlich... Das muss hier sein. Ach, genau. Warte mal. Ich hätte mich jetzt wahrscheinlich wieder hier dumm und lustig gesucht. Und hätte wir vergessen, dass ich hier ja auch tauchen konnte. Sehr schön. Ja, guck mal da. Alle Lampenmann, die sind ja vernünftig, ne? Und dann haben wir hier einen weiteren Opal. Und dann haben wir hier jetzt alles eingenommen. Das einzunehmen geht, ne? Ich fahre noch mal hier kurz die Leuchten an. Okay. Machst du mal die Lampe da an, oder was? Hier ist nicht nur weiter. Aha, und hier sind wir an dem Freund. Äh. Ach, guck mal. Wo wir raus können. Das ist... Ja, ich sollte mein Gesicht verdecken. Ach, was wollen sie machen? Und zauen? Kommen sie was auf der Nase. Äh, ich will lol. So. Und dann haben wir Colin Kester, was weiß man, die Colin Kester schieren, ne? Das ist das Bruderschaftshaus, Carlo, Camulodunum haben wir jetzt in Colin Kester jetzt auch erfolgreich eingenommen. Und dann schließen the